Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks hier im Weidparken zusammen mit Zwieger. Guten Tag. Guten Tag. Rechte Seite, linke Seite, was heißt du lieber? Ähm, links hinten. Links hinten? Links hinten. Link, wir los! Da hat einer geschrieben, nicht unter die Brücke durch, lass sie kommen und ja, das machen wir nochmal. Okay, die steht zu weit hinten, glaube ich. Oh, hier bin ich, schießt auf mich, hallo? Okay. Ist das die richtige Herangehensweise? Ja. Okay, das taugt jetzt hier gar nicht für Sidescrapping, glaube ich, ist ein bisschen so. Achso, das geht hier noch ein bisschen rum. Ach, man kommt auf der Seite von der Kirche gar nicht rum. Da kommt aber ganz schön was rum, wa? Mhm. Zumindest da einiges aufgetaucht. T430 ist rum. Aber die kommen gar nicht, äh, unter der Brücke. Nein. Achso. Die bleiben noch stehen, scheint mir nicht. Ja, scheint mir auch so. Viel verloren! Da ging voll durch ihre Panzerung. Ziel erfasst! Achso. Ich sehe sie nicht mehr! So, OIXP, Chinoo und T25 stehen da mindestens noch, ne? Ja, und einer ist, glaube ich, schon rüber. Den haben wir gerade in Stock. Okay, fahr dir rüber. Ich muss den T67 Grad befreien. Ah, da ist noch viel zu viel. Da ist noch viel zu viel. Scheiße! Huch! Ich versuche, mich mal hier ein bisschen zu verstecken. Mhm. Vor allen Dingen auch vor der ART. Den Typ T34 beschäftigt ihr, ne? Versuchen wir. Ich kriege ihn wegen Frank gar nicht ins Ziel. Ziele fast! Das ist ein Ui an der Brücke. Ja. Ich versuche hier noch. Ja, kommt nicht mehr weg. Raus hier! Schön! Wenigstens den hab ich mitgenommen. Den M4 kannst du auch noch mitnehmen. Ja, wenn die ART hier nicht kommt. Haha, gegenseitiger Kill. Puh. Stimmt. Worst Noob ever, nennt er sich. Wer? Der M4. Okay. Schade. Ja. Aber es gibt eine Auszeichnung, ne? Gegenseitiger Kill, wie war das noch? Duellant und Auge um Auge müsste es geben. Okay. Mal gucken, ob du recht hast. Auge um Auge. Und Duellant. Du hast recht. Nicht schlecht. Hat so ein bisschen Schaden, hab ich nur gemacht. Ja, nicht viel. Hast zweimal getroffen anscheinend. Du hast mehr Schaden gemacht. Ich hab dreimal getroffen. Aber ich freu mich, dass ich den OI rausgenommen habe. Guck dir mal die Schaden von unserem M7 an. Genau ein. Ich weiß es nicht. Aber ein Abschluss. Der hat wahrscheinlich einen gekillt, den wir noch einen Punkt hatten. Ja. Denk ich auch. Na gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.